Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Was tun wir als nächstes? Wir sind hier. Ähm, ähm, da haben wir noch ein Propaganda und mehrere Masken und eine Mani-Mühle und noch ein Propaganda. Ich glaube, wir sollten uns hier in der Ecke vielleicht mal ein bisschen aufhalten. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt hin? Oh Gott, da ist ja noch eine Bombenentschärfung. Ne, die machen wir jetzt erstmal nicht, da habe ich Angst vor. Aber wir können hier, oh, das ist ja noch, obwohl Auge um Auge ist cool. Das ist nicht schleichen, das ist einfach nur töten. Das kann ich. Da würde ich sagen, komm, machen wir hier mal eine Schnellreise hin. Gucken wir uns vielleicht direkt das Auge um Auge mal an. Dann machen wir das zu Beginn und dann loopen wir die Folge noch ein bisschen. Ich habe übrigens, ähm, es gibt einen Tagebucheintrag, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir den noch kriegen. Das war die erste Shangri-La-Mission, das lag wohl in dieser Halle, wo der Tanker lag, lag diese Tagebuchsseite daneben, aber da kommen wir so nicht mehr hin. Und das Internet war jetzt auch nicht so richtig hilfreich, aber da kümmern wir uns drum, wenn wir so weit sind. Viele Dorfbewohner wurden von der Royal Army aus ihren Häusern vertrieben. Es gab viele Tote und die Familien verlangen nun Rache. Töte die Kommandanten der Royal Army mit einem Sturmgewehr. Die Royal Army ist stark und grausam. Wir brauchen Hilfe. Ich werde helfen. Ich danke dir, aber du bist nur ein Mann. Das ganze Dorf ist voll mit Soldaten. Glaubst du wirklich, dass du sie rauswerfen kannst? Ich kann's versuchen. Danke. Ich zeige dir das Dorf auf der Karte. Karte. Danke. Guck mal eben. Ja, doch. Ein bisschen was auffüllen sollten wir auf jeden Fall. Ah, Körperpanzer hat sogar Schaden bekommen. Was hab ich denn da gemacht? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Okay, und das können wir noch verkaufen. Die Fernbedienung. Die Fernbedienung. Ja. Ja, komm, das kriegen wir hin. Wenn wir bedenken, was wir beide schon alles gerockt haben, AJ, dann hauen wir die mit unserem Sturmgewehr jetzt einfach weg. Das ist irgendwo da hinten, ne? Ah, Hilfe! Äh. Okay, okay. Ich bin optimistisch. Das wird schon... Solange ich laut töten kann, kann ich gut töten. Ich sterbe ja auch. Ui! Ernsthaft, Junge. Ernsthaft. Das war doch nix. Wir sind sogar ins Wasser gesprungen, dass zumindest, äh, Fuß hoch war. Ah. Hier unten, oder was? Hä? Was? Jetzt... Ich hab doch... Ja, ich weiß. Meine Güte. Das ist mein Sturmgewehr. Seit wann hab ich ein Tarnfarben-Sturmgewehr? Ich würd trotzdem lieber irgendwie... Ah, genau, weil da sieht mich jetzt schon einer. Das ist nicht gut. Was ist denn hier los? Wo sehen die mich denn? Versuche jetzt trotzdem mal hier hochzuklettern. Ach, da ist ein Sniper. Das ist das Problem. Der hat mich erblickt. Jetzt erblicke ich ihn nicht mehr, doch. Okay, aber das sind aber alles keine Kommandanten. Die kann ich rein theoretisch auch wegsnipern. Und rein theoretisch, mein ich praktisch. Natürlich hätte ich die anderen trotzdem gerne erstmal auf dem Schirm. Ich seh jetzt gerade aber auch niemand anderen. Da hinten läuft noch jemand rum. Natürlich, der fette, den soll ich... Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Den soll ich mit dem Sturmgewehr wegballern. Das ist ja absolut kein Problem. Kacke. Ist da oben jetzt noch irgendjemand? Da oben? Okay, das ist... Oh, da hinten ist auch noch ein Sniper. Ist er der einzige Kommandant? Das ist... Fällt mir... Da oben ist noch einer. Scheiße. Oh Gott. Okay, okay, okay. Ich... Hab die Hoffnung, dass es erstmal nur die zwei sind. Und ich hau hier jetzt erstmal weg, was geht. Da ist da oben jetzt auch noch einer. Wo kommt denn das her? Wie ist es denn der von da hinten? Ah, da ist auch noch einer. Oh, da ist auch noch ein Sniper, ey. Oh. Ich hau jetzt trotzdem erstmal den hier weg. Scheiße. Das hat uns jetzt natürlich direkt mitbekommen. Wo ist er denn? Kommt der hier hoch? Ich glaube, die kommen ja nicht hoch. Da lief gerade noch einer, den ich nicht markiert hatte. Komm schon. Bist du ein Kommandant oder? Ne, bist du irgendein Punk. Ich hätte gerne den da ohne, dass mich irgendjemand anders sieht. Ach, Scheiße. Ah. 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 Ich weiß nicht, ob ich durch den Baum durchschießen kann. Aber doch. Gerade hat es mir. Ich kann durch den Baum durchschießen. Hoffe ich. Hm. Cool. Komm schon. Ich habe mir einen Dorn gewünscht. Dadurch sieht mich niemand. Ja, okay. Es tut mir jetzt trotzdem nicht mehr viel. Oh, oh. Ah. Ich fühle mich jetzt zumindest der Sniper erstmal nicht. Au, 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 au. Au, von wo denn? Von wo denn? Da links oben ist irgendwo einer. What? Ich bin hier unten, ihr Trottel. Wo denn? Wo sind die denn bitte? Okay, der da hinten. Jetzt ist mir der Wumper. Scheiße, wo denn? Ich sehe ihn nicht. Ist irgendwo ein fucking Sniper und ich sehe ihn einfach nicht. Ich sehe nicht, von wo das kommt, ey. Könnt ihr hier einfach zu mir kommen? Ah, cool. Ich weiß, das sind gerade alles keine Kommandanten, aber... Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ich probiere es einfach mal. Nein! Heil dich, Junge! Oh, shit. Shit, ey. Der Sniper fickt mich hart. Alter, ey. Wie der mir gerade volle Kahn auf den Sack geht. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn treffe. Jetzt kommt natürlich der Wicker auch noch an. Alter! Alter! Das hört man ihm nach. Das ist so ein Fetten mit einem Maschinengewehr. Das ist schon echt hart. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe vielleicht keinen Schuss mehr drin, wenn das so weitergeht. Alter! Ich kann es versuchen, Alter. Ich kann es versuchen. Ah, das gibt es doch nicht. Wie lange soll ich denn auf den draufballern? Boah. Ja, da ist doch noch einer. Ja, ich weiß. Pssst, ey. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht mehr, ob ich ihn von hier treffe. Das ist gerade echt nervig. Der kleine Pisser da. Hat er nicht getroffen. Hat er nicht getroffen. Trifft er mich gleich. Trifft er mich gleich. Alter! Wo kann der mich denn überall durchtreffen? Und das war voll unnötig, dir jetzt schon zu nehmen. Ich werde wahnsinnig. Warum kriege ich den denn einfach nicht? Selbst auf die Entfernung. Ich meine, den anderen Scharfschützen habe ich ja auch irgendwie bekommen. Ich habe da kaum noch Schuss drin. Scheiße. Okay, was mache ich jetzt? Ich habe trotzdem keinen Schuss mehr da drin. Ich brauche nur Munition, ja. Jetzt hat er wieder Schuss drin. Zum uns im Pisser, würde ich mal sagen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Gott sei Dank. So, alle Zielpersonen. Dann fangen wir hier bei dem Dicken mal an. Sicher fühle ich mich immer noch nicht. Wie komme ich denn zu dem... Achso, der stand hier vorne. Okay, da komme ich schon irgendwie hin. Ähm. Ah? Okay, da komme ich da hoch. Okay, okay, okay. Ich kriege sie alle. Hatte ich jetzt so ein bisschen die Angst, dass wenn ich den hier links getötet habe, dass ich da nicht mehr hinkomme. Aber irgendwie komme ich da jetzt schon hin. Ja, also hier immer durchgeschlichen. Boah, der hat... Da oben hat es mir jetzt echt schwer gemacht. So. Wo komme ich da jetzt hoch? Wo komme ich da hoch? Ne, da komme ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Da komme ich hoch. Okay. Jetzt hat er wahrscheinlich... Ne, hier auch nicht. Was ist denn jetzt los? Ach, leider. Natürlich. Du nervigerst kleines Arschloch. Salute. Und geschafft. Und lange nicht mehr alle meine Halsspritzen bei irgendwas rausgehauen. Okay, ich würde sagen, wir machen direkt eine Schnellreise zurück. Zu diesem Ort, wo wir waren, um unsere Sachen aufzufüllen. Und uns dann ein wenig in der Gegend umzusehen. Und als ganze Loot. Also Poster, Mani-Mühlen, Masken. Das, was da so rumliegt, einfach mitzunehmen. Ah, Gott, war der jetzt nervig. Aber so ein Sniper, so einen richtig fiesen Kack-Sniper mit einem Maschinengewehr, wenn du Kilometer weit entfernt bist, das hart. Hallo? Ne. Ah, Sturmgewehr. Okay. Und wir gehen wieder. Ich will auch kurz auf die Karte gucken. Nur, ja, hier ist direkt ein Bagandaparkat. Gehört das noch hier zu? Habe ich das vergessen? Ah, nein, das will ich nicht machen. Nein, jetzt bin ich zu weit. Ah. Ne, da oben. Okay. Hier sogar gleich zwei Autos rumstehen für etwas weitere Fahrten. Aber ich glaube, überall, wo wir jetzt hinwollen, das ist dann nie so weit voneinander entfernt. Aber ich gucke gleich einfach mal. Vorher würde ich gerne irgendwie hier rumkommen? Hier hochkommen? Nö. Äh, der AJ kann einfach nicht mehr springen. Uah. Ah, sowas hat man noch gerne. Da waren also nur noch 20. Was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Steht da nicht. Na gut. Äh, hier haben wir einen Umgekartenort mit einer Mühle. Doch, macht Sinn. Vielleicht kommen wir dann... Oh Gott, das sieht schwierig aus, da hochzukommen. Aber irgendwie kommen wir da schon hoch. Erstmal machen wir uns jetzt hier auf den Weg. Wo? Welche Richtung? Wohin? Da lang. Ich glaube, sie sind immer noch bei dem Tempel. Leute, kommt drüber hinweg. Dies ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. An alle Mitglieder des Goldenen Pfad in Reichweite. Bitte melden. Ich komme. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen gemütlich luden, Kinder. Hallo? Was mit euch? Wir werden angegriffen. Kommt schon. Wo werden die angegriffen? Das ist die Frage. Ah, von hier. De Bar. Was? Was ist denn hier alles los? Da. Es ist Adi. Es ist voll Assi. Nein, du sollst nicht. Du sollst nicht. Ah, da wird vielmehr was an mir. Du sollst nicht heilen. Penner. Oh, fuck. Ich bringe es jetzt zur Hände. Ah! Oh, Gott! Ist er jetzt einfach reingehust? Nee, ist er nicht. Du stehst noch! Hör auf mit dem Scheiß! Ja, gut gemacht. Dankeschön. Wo denn jetzt noch? Da hängt schon wieder irgendein Sniperer irgendwo rum. Ich geh mal hier hoch, ey. Die kommen jetzt mal ein bisschen entgegen. Jetzt kommt jetzt wieder irgendein Sniperer von irgendwo her. Wow! Scheiße, Mann! Scheiße! Ah! Wo ist denn hier ein Sniper? Wow! Hier ist er glücklich in der Nähe mir. Oder auch nicht, ey. Oder auch nicht. Ich werde wahnsinnig. Ich bin voll überfordert, wenn die überall um mich herum sind. Da unten ist einer. Den hole ich mir. Heil dich, AJ! Heil dich! Wo kommt es her? Alter! Damn! Haben wir ihn jetzt aber gut eingeheizt, den Pennern. So. Derjenige, der kämpfen will, wird trotzdem noch getötet, oder? Ihr verpisst euch. Das stimmt. So. So viel dazu. Ich geh jetzt erstmal mal wieder rein. Fülle meine Sachen auf. Oh. Dankeschön. So. Ja, alles, was wir jetzt rausgeworfen haben, für diesen Außenposten. War zum Glück nicht so viel. Und weiter geht's. Oh. What the fuck? Schießt hier gerade ein Sniper? Ne. Okay, jetzt ist, glaube ich, mein Punkt aber weg. Ja, genau. Hier wollte ich hin. Hoffentlich komme ich da jetzt auch hin. Ohne direkt wieder angeschossen zu werden. Ist auch geil. Die drei hier oben chillen einfach rum, werden von allen Ecken fein gekommen. Ja. Genau das habe ich gerade gesagt, meine Gute. Ihr solltet echt mal eure Augen überprüfen lassen. Nein, da schießt irgendjemand. Ein Sniper. Ich hoffe, das war jetzt noch... Da war irgendwas. Oh Gott, werde ich hier paranoid. Falt. Ne. Garmakwelle. Oh, ne. Nur nette Menschen. Ui. So. Eine Mani-Mühle. 36 von 40 waren es nur noch vier. Durch die Kälte war dann in unserem Land. So hat sie den Satz angefangen. Hier oben müssen wir hin. Oi, ei, 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 ei. Kommt man da oben? Ne. Könnte ich nicht irgendwo gerade irgendwo klettern? Körperpanzer voll. Ja, das ist doch schön. Kommt ich hier irgendwie... Ne, so komme ich doch auf keinen... Da komme ich hoch, oder? Ja. Oh Gott, und dann über den Baum balancieren. Ach, was sollte da schon schief gehen? Oh Gott. Schön auf den Baum gucken. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hochklettern. Oder? Ja, so. So, okay. Häh. Hier geht's weiter. Da. Da muss ich drüber. Da kann ich auch noch mal über den... Aber da muss ich nicht langen, oder? Achso, wenn ich von da gekommen wäre, hätte ich hier jetzt über den Baum klettern können. Okay, aber ne, wir gehen lieber mal hier hoch. Wir suchen uns direkt den nächsten Haken. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Wie, hier komme ich jetzt nicht weiter? Aufhöre ist denn deine jämliche Tür hier? Hallo? Ich will da hoch! War das jetzt voll umsonst, oder was? Seht echt nicht so aus, als käme ich jetzt weiter. Ja, als käme ich hier vielleicht irgendwie durch. Ach, sehr super ist das. Komme ich jetzt zumindest wieder runter? Achso, ich kann mir vorstellen, diese Tür... War das nicht irgendwie auch so eine Sidequase, dass wir Sachen unter Zeitdruck liefern müssen? Und dann immer vor solchen Türen abgegeben haben? Super. Jetzt bin ich da völlig ums Hans hochgeklettert. Das tut mir so leid. Oh. Ich komme. Alles egal, sind in Ruhe. Ah! Hi! Was? I don't get it. Wie zur Hölle komme ich hier hoch? Da hinten? Das sieht wirklich aus. Aber viel weiter kommen... Was ist denn das Grüne? Achso, das Grüne ist, glaube ich, ein Kloppenturm. Oh! Das hat ja voll gut funktioniert. Ah! Ich will da irgendwie hoch. Komme ich hier hoch? Ne, das ist die Straße. Das blicken jetzt auch nicht so viel. Nicht hier hoch? Ne, auch nicht. Da kommen mir meine Leute entgegen. Das ist okay. Hi! Oh, oh! Ei, klar! Mein Buddy! Oh! Ich sollte schon das Auto mit der Flamme berühren. Äh, die Flamme mit dem Auto? Tu, ich auch nicht. Hey, komm mal her! Ja, bitte. Ja, bitte. Ach, Quatsch. Dann hättet ihr laufen müssen. Das ist alles. So, jetzt habe ich... Scheiße, bin ich denn jetzt gelandet? Oh. Warte, warte. Jetzt hätte ich mir den Weg hin. Ja, geil. Du bringst mich bis hier hin. Das ist ja voll tutti. Ich klebe jetzt hoch. Es gibt keinen Berg, der mich stoppen kann. Außer vielleicht dieser hier. Komm mal, ich bin da schon voll weit gekommen. Lass mich doch hier hoch. Oh, er lässt mich sogar noch weiter hoch. Ja, okay. Ah! Ich komme, ich muss auf die andere Seite. Uah! Ja, ich muss hier wieder runter. Ich bin dich noch eben los. Da waren Feinde. Irgendwas ist da gerade aufgeploppt. Ich weiß noch, der Adler, der mich angreifen wollte. Ah, nee, da sind Feinde. Tatsache. Hallo! Habe ich euch jetzt beide, weil ihr hintereinander standet? Okay, das war ja cool. Ich habe den dahinter gar nicht gesehen. Hilfe. Ui, ich bin weg. Oh, guck mal. Ich glaube, ich kann da hochklettern. Wow. Ich will doch gar nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Ich will die Kiste und ich will da hoch. Ich will die Kiste und ich will... Ah! Lass, entchein los, entchein los, entchein los. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein. Nein. Nein, das machen wir nicht. Wer knelt denn jetzt nicht hinterher? Guck mal, da komme ich noch weiter. Oh, das ist ja awesome. Oh Gott, diese Katze. Diese Wildkatze. Nein, 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 nein. Ach ja, sind ja erst... Ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 5 dieser Aufnahme-Session und fast alle sind eine halbe Stunde lang. Oh Gott, das wird wieder Ewigkeiten dauern, bis ich das hochgeladen habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt den... Hallo? Oh, sie machen Musik. Aua. Ja, und ich... Trottel. Das stimmt. Aber deswegen losche ich sie ja auch ein für den anderen aus. Ein nach dem anderen. Irgendwie sowas. So, daran. Uah. Ich glaube, dann sind wir auf der Höhe mit dem, wo wir hinwollen. Immer noch nicht. Ach, hör mir auf. Hi, 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 hi. Wie komme ich denn da jetzt noch hoch? Kinders, ey. Fuck you. Fuck you! Komm schon. Wenn das jetzt der falsche Weg war, bin ich sauer. Dann würde ich jetzt echt gerne mal hoch... Ah, ich glaube, da komme ich lang. Nee, aber hier. Boah, das ist ja auch wieder auf dem Gipfel des höchsten Berges, den sie mir geben konnten. Was ist da? Nee. Kein Feind. Der Feind switcht nur so ein bisschen hin und her. Och, alter. Bin ich nur jetzt wieder gelandet? Himmelsbestattung. Himmelsbestattung. Naja, gut. So hoch oben, wie wir sind, macht das Sinn. Warum wird mir die Maske... Warum... Mir wird nicht mal der blaue Kreis der Maske angezeigt. Jetzt ist hier zumindest wieder der blaue Kreis. Ah. Nein, 40,555. Ein Zettel? Nee, ich glaube nicht. Nope, nope, nope. Nope, nope. 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 Okay. So, ich würde sagen, direkt hier runter und uns diese Maske holen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Gott. Ich werde dabei sterben. Hi. Jetzt komm schon. Das war ja jetzt echt nix. Guck mal, hier gibt es sogar einen Haken, immerhin. Da muss ich auch runter, oder? Ja, Tatsache. Uh. Wo bin ich? Da bin ich. Ja, komm, das kriegen wir hin. Hier gucke ich eben nochmal, aber eigentlich... Wie weit runter muss ich denn noch? Ich habe gerade Angst, dass ich zu weit runtergehe. Aber hier ist ja gerade nix. Wo bin ich gerade, wo genau ich hin muss? Geht einfach noch ein Stück runter. Kurzer Tag. Was ist das? Hier? Unter mir? Oh, guck mal, da hinten ist ein Auto. Oh, oh. Trifft mich das jetzt? Warte kurz. Okay, jetzt kann ich sterben. Aber sie fahren einfach weiter. Schade. So, jetzt weiß ich trotzdem nicht... Sind das da hinten Feinde? Tatsache. Ach nee, der ist tot. Äh, muss ich hier jetzt noch weiter runter? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Aber über mir war ja jetzt auch nichts. Beziehungsweise, wenn ich weiter runter muss, wie so, Hörle komme ich hier runter? Guck mal eben kurz. Was ist jetzt hier? Ich glaube, ich muss noch eine Ebene weiter runter schon. Ja, doch, das sieht gut aus. Da könnte was sein. Oh, kriegen wir das hin, Jung? Kriegen wir hin. Heyo. Was macht denn ihr hier? Das war ja auch nie der Plan, Jung. So, jetzt haben wir es. Hier ist es auch direkt extremst laut und ich habe es gefunden. 50 von 55. Spezialanfertigung. Gefallen dir meine Masken? Möchtest du, dass ich eine für dich anfertige? Wenn mein Herr deinen Namen spricht, wird es mir eine Ehre sein. Was haben wir hier? KG Memo Wetterstation. Bitte an die zuständige Stelle der Royal Army Geheimdienste weiterleiten. Hat die Wetterstation irgendwelche signifikanten Wert? Ich brauche umgehend eine Antwort. Wenn innerhalb von zwei Tagen keine Antwort kommt, werde ich den Posten aufgeben und weiterziehen. Bitte antworten. Wetterstation? Hier hängen so viele von meinen Leuten rum. Vielleicht hatte sie für unsere Leute einen Wert. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch einfach weitergezogen und wir haben das genutzt. Äh, gut. Das Propaganda... Scheiße, 33 Minuten. Ah! Das Propagandapost er holen mir noch und dann bin ich fertig. Oh nein, ich brauche 18 Stunden, um diese Folge hochzuladen. Äh, höh, höh. Äh! Ich würde hier gerne lebend runterkommen. Da fährt ein Auto, da fährt ein Auto. What? Oh, was war das? Da fährt ein Auto, da fährt ein Auto. Soll es weiterfahren, soll es weiterfahren. Ich will nur das Plakat, nur das Plakat, nur das Poster. Da vorne ist es. In diesem Tunnel. Durch die das Auto, durch den, das, das, die das Auto fuhr. Warum hängt denn das, das, da hat auch jemand keinen Bock, Plakate aufzuhängen. Oh Gott, Leute. Diese Schießerei nehmen wir uns dann in der nächsten Folge zu Herzen. Ich hoffe zunächst, dass euch diese hier gefallen hat und dass ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid. Bis dahin. Vielen Dank.